Muskeln tragen uns durchs Leben und wenn die Muskeln schwinden, dann naht der Tod. Brutale Wahrheit, die kaum einer so richtig wahrhaben will. Naja, Krafttraining, Ausdauertraining, natürlich ein ganzes Leben lang, das kann uns schützen. Das wissen wir. Und wir wissen noch sehr viel mehr, denn es gibt jede Menge neuer Studien und er ist derjenige, der den besten Überblick hat. Dazu. Er ist der renommierte und prominente Sportwissenschaftler, Professor für Prävention und Rehabilitation im Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ingo Vohrbösel, danke, dass du dabei bist. Liebe Nina, guten Morgen und ich freue mich auch. Fangen wir doch mal bei den ganz Jungen an. Ich habe ja gerade gesagt, möglichst Ausdauersport, Kraftsport ein ganzes Leben lang. Ich habe da so ein paar Zahlen gefunden, die haben mich echt geschockt. In Deutschland bewegen sich 88 Prozent der 11- bis 17-jährigen Mädchen und 80 Prozent der Jungen zu wenig. Verrückt, ne? Und das, wenn man zu wenig beschreibt, dann heißt das etwa eine Stunde körperliche intensive Aktivität pro Tag. Das heißt also, die Kinder und Jugendlichen schaffen es nicht mal 60 Minuten am Tag, körperlich wirklich etwas zu tun. Auf der anderen Seite, die neue Studie, 69 Stunden sitzt diese Gruppe allerdings vor digitalen Medien. Und das ist natürlich, wenn das so ein bisschen einen kleinen Anteil abgeben würde an die körperliche Aktivität, eben die digitale Nutzung. Das wäre schon ein großer Impact positiv für die Gesundheit unserer Gesellschaft und der Kids. 69 Stunden, was heißt das? 69 Stunden pro Woche, daddeln die quasi, daddeln die rum. Das ist pro Woche, muss man sich mal vorstellen. Und es gibt sogar einige Werte, die deutlich darüber hinausgehen. Und das ist der Schnitt 69 Stunden, da weiß man, dass einige bis zu 100 Stunden, diese digitalen Medien nutzen. Was hat das für Folgen für die gesunde Langlebigkeit dieser Generation? Ja, man zahlt eben schon ganz schön am Anfang nicht gut darauf ein, dass die Langlebigkeit und die gesunde Langlebigkeit vor allen Dingen stattfinden kann. Was heißt das? Das heißt natürlich in einem Alter, wo Wachstumsschritte noch unterstützt werden müssen. Und dabei ist Bewegung, körperliche Aktivität und Sport eben das Lebensmittel, dass das überhaupt möglich wird. Das bedeutet also ja, dass der Motor der Kinder eben nicht richtig ins Laufen kommt auf der Autobahn des zukünftigen Lebens. Und das ist natürlich schade, weil es der Gesellschaft einerseits natürlich die Ressource Kinder und Jugend wegnimmt, aber zum Zweiten für die Kinder und Jugend. Und du musst wissen beispielsweise, auch da gibt es eine neue Studie, dass die 20- bis 29-Jährigen mittlerweile zu 67 Prozent schon übergewichtig sind. Dass die eben ja mit einer Belastung in das Leben schon starten, was immer sicher nicht besser wird, außer man reagiert sehr bewusst dagegen. Das heißt also, was gesunde Langlebigkeit betrifft, wenn ich sehr früh schon ordentlich Sport treibe, über eine Stunde pro Tag. Also ich denke da an Churchill, von dem ja immer sagen alle, der hatte ja keinen Sport gemacht und hat so viel getrunken und geraucht und überhaupt und ist trotzdem so alt geworden. Der war aber in seiner Jugend Leistungssportler. Das heißt also, wenn ich ganz früh anfange, dann kann ich tatsächlich schon mal vorbauen für ein gesundes, langes Leben und zwar nachweislich. Du, das sagst du richtig. Was Henze nicht lernt, das lernt Hans Nimmermeer. Das ist schon mal die erste Botschaft. Das heißt also, dass wir natürlich viele Dinge vorbereiten können und auch müssen, wenn wir jung sind und da die Sensibilität einfach für zu haben. Und deswegen freue ich mich, dass jetzt das Bayerische Ministerium ja zum Beispiel entschieden hat, die Anzahl der Sportstunden auf drei zu erhöhen, was ja immer noch nicht gut ist, aber immerhin von quasi null bis eins auf drei. Und das ist schon mal etwas, wo wir das richtige Signal setzen, nämlich körperliche Aktivität mehr an die Kinder heranzutragen. Und das heißt also, ja, wir brauchen ganz andere Förderkonzepte, wo das Thema Sport, Bewegung und körperliche Aktivität eine ganz tolle Rolle spielt. Weißt du, ob du das weißt? Es gibt zum Beispiel in Skandinavien ein Kinderrecht. Und dieses Kinderrecht auf Freiluftleben, auf Freiluftslief heißt das. Das ist ein schöner Begriff, ne? Und Freiluftslief ist letztendlich eine Verpflichtung, dass Kinder in einer Grundschule und in der Kita jeden Tag quasi eine Stunde draußen verbringen müssen oder mindestens einen Gesamtentrag in der Schulwoche. Und das ist natürlich toll. So werden die Kinder an die Natur und an körperliche Aktivität schon sehr früh sogar rechtlich herangeführt. Das fehlt uns. Ja, die Bürokratie, die da entstehen würde, wenn wir das bei uns entführen würden, möchte ich mir nicht vorstellen. Aber das ist natürlich absolut richtig. Lass uns jetzt mal tiefer gucken, tiefer in die Zellen hinein, ab dem 40. und 50. Lebensjahr. Da wissen wir ja heute eine ganze Menge, was passiert, dass es uns leider immer schwächer macht, unsere Muskelfasern immer weiter abgebaut werden. Beschreib doch mal bitte plastisch und elastisch, wie du das ja so gut kannst, was da in den Zellen und in den Muskelfasern abgeht. Also erst einmal, und das beschreibst du richtig, so ab dem 25. bis 30. Lebensjahr verändert sich in der Muskulatur schon ein erster großer Schritt, dass wir nämlich die Reaktionsfähigkeit der Muskulatur nicht mehr so haben wie als 20-25-Jährige. Das wissen wir ja beispielsweise ja auch, dass gerade Sprintleistungen, Reaktionsleistungen in der Regel in dem Alter 20 bis 25 am besten sind. Warum? Weil dort das Nerv- und Muskelzusammenspiel, denn der Muskel funktioniert ja nicht ohne einen Nerven, nicht mehr so optimal reaktiv funktionieren kann. Weil nämlich die Impulsfrequenz, das heißt also die Frequenz, die über den Nerv auf den Muskel übertragen wird, abnimmt. Das heißt also, wir haben nicht mehr so hohe Innovationsfrequenzen, um die Muskulatur zu aktivieren. Und das heißt, entschuldige, dass ich unterbreche, aber das heißt natürlich für den Profifußball tatsächlich, ab 30 ist eigentlich Schluss. Wenn ich denn nicht viel mit Erfahrung mache, und das ist ja im Fußball, im Spiel ist das schon möglich, aber es gibt natürlich viele Sportarten, wo du in der Tat sehr reaktionsfähig sein musst. Gerade die Kids leiden zum Beispiel drunter, die ja sehr viel daddeln, dass sie zum Beispiel ab dem 25. Lebensjahr nicht mehr die Leistungsfähigkeit haben, die 16-, 17-, 18-Jährige haben. Und wenn du dir zum Beispiel mal die Teams der großen E-Sport-Units anschaust, der Clans, dann sind die alle 18 bis 22 Jahre, weil genau das ist das Alter, wo eben das Brain noch total flexibel, reaktionsfähig, aufnahmefähig ist. Und das verliert sich. Ist aber nicht unbedingt schlecht, weil ab dann können wir besser alles durchdenken, was ja auch große Vorteile hat. Aber das ist so der erste Schritt. Das heißt, es verändert sich so, ab 25, 30 werden wir langsamer in der Reaktionsfähigkeit, weil eben Innovationsprozesse aus dem Nerv in die Muskulatur nicht mehr so optimal funktioniert. Dann taucht langsam die sogenannte Dynapenie auf. Die Dynapenie ist ein Kraftverlust. Das heißt, wir verlieren in der Regel jedes Jahr ein wenig an Kraft. Woran das liegt, werde ich gleich nochmal kurz beschreiben. Und wir haben ab einer gewissen Zeit eben da die sogenannte Sarkoponie, wo auch wir einen Muskelmassenverlust haben. Und dafür muss man vielleicht ganz kurz nochmal einmal in die Anatomie einsteigen und in die Physiologie einsteigen. Auf die zelluläre Ebene. Es gibt ja eine Muskulatur, unterscheidet sich ja von uns allen wie ein Fingerabdruck. Wir sind ja nie identisch, sondern die Muskulatur ist ja einerseits genetisch ausgeprägt und kann stellenweise auch durch Training noch verändert werden in ihrem Innenleben. Denn Muskulatur hat grob unterteilt rote Fasern, gut durchblutet, ausdauern, klein. Die halten uns den ganzen Alltag quasi frei, den Rücken frei, weil sie uns stehen lassen, Tasche tragen lassen, trinken lassen, zeichnen lassen. Das machen die roten, ausdauernden, feinen Muskelfaser. Die sind also für die Feinmotorik primär zuständig und für die Haltung des Alltags. Und wir haben dann sogenannte weiße Muskelfaser. Das sind die großen, starken, kräftigen. Weiß deswegen, weil sie sind nicht gut durchblutet. Das kann man unter dem Mikroskop wunderbar sehen, indem sie nämlich dann wie rot-weiß schön schimmern. Für mich als Kölschen sehr schön rot und wies ist das klassische Phänomen eben der Muskulatur. So ist sie ausgeprägt. Und dann haben wir noch in der Regel etwa 10% intermediäre Fasern. Das sind jene Fasern, die wissen nicht, also das dritte Geschlecht, so kann man es beschreiben. Jetzt sind die diversen. Die wir aber über Training verändern können, entweder in die eine oder andere Richtung quasi verändern können, weil wir dann das richtige Training machen. Wir wissen, dass wir gerade bei Ausdauersportlern einen deutlich höheren Anteil an roten Muskelfasern haben. Das sind die Läufer, die Triathleten. Die sind einfach besser ausgestattet als andere. Und Sprinter, Kraftsportler, Werfer haben sehr viel mehr weiße Muskelfasern. Aber alle, auch wir, haben beide Typen. Und gerade bei der Dynapenie und dann später bei der Sarkopenie. Bei der Dynapenie heißt es also einen gesamten Kraftverlust dadurch, dass wir beide Fasern nicht mehr so richtig aktivieren können. Und bei der Sarkopenie zielt das primär auf die große weiße Muskelfaser ab. Und das betrifft beispielsweise die meisten Menschen so ab dem 50. Lebensjahr bereits, dass wir ausgehend von einem Muskelmassenverlust von 1% pro Jahr, also quasi Muskelmasse verlieren. Und das ist eben für viele gesundheitliche und gerade auch für Langlebigkeitsfragen ein ganz entscheidender Faktor. So, und jetzt hätte ich gerne gewusst, woran liegt das denn? Lass uns noch mal ein bisschen tiefer reingucken. Ist es der Verlust der Geschlechtshormone? Ist es der oxidative Stress? Werden die Aminosäuren, die wir brauchen, zum Muskelfaseraufbau nicht mehr so gut im Dünndarm resorbiert? Was sind da die tieferen Ursachen? Auch Stammzellenalterung vielleicht? Wichtig ist für mich zu verstehen und vielleicht für euch auch zu verstehen, dass es verschiedene Anpassungsprozesse gibt, die in der Muskulatur zu einem Massengewinn führen. Und der erste Massengewinn ist letztendlich eine Zunahme an Proteinen, an Proteinen in der Muskelzelle. Und das Muskelzelle heißt gleich Muskelfaser. Dort werden mehr Muskel, quasi Proteine eingelagert, die dann das Wachstum bedingen. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, dass wir möglicherweise Stammzellen akquirieren aus Verletzungsmustern, die durch ein Training entstehen. Die wandern dann dorthin und dann entstehen dort neue Muskelzellen, die dann dazu führen, auch das Muskelwachstum stattfinden kann. Und da haben wir natürlich, beginne ich mal dort, im Alterungsprozess erstes natürlich geringe Reservoirgrößen. Das ist das Erste, dass also natürlich das Reservoir versiegt. Es liegt in der Regel dort, wo die Verbrauchssituation auch stattfindet. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass auch die Reparaturprozesse von Verletzungen, die nämlich in der Regel der Indikator, die Ursache dafür ist, dass dort diese Reparaturprozesse mit Stammzellen stattfinden, einfach nicht mehr optimal ablaufen. Weil wenn das Immunsystem schwächelt, ist natürlich die Intensität der Reparaturprozesse deutlich geringer. Heißt also, ja, das ist der eine Prozess, dass Aufbau-, Umbau- und Anbauprozesse in der lokalen Struktur der Muskulatur nicht mehr stattfindet. Und zweitens eben die Einlagerung, damit die Verarbeitung von möglicherweise bereitgestellten Proteinen natürlich auch schwächelt. Das heißt einerseits dadurch, dass wir eben nicht mehr optimale Bearbeitungsprozesse im Magen-Darm-Trakt haben und damit die Bereitstellung natürlich versiegt. Viele Menschen haben das zum Beispiel auch als Problem, weil sie sich immer ein Leben lang falsch ernährt haben. Und dementsprechend ganz falsche Darmkulturen, also ein Mikrobiom, wie wir es ja nennen, sich angewöhnt haben und gar nicht mehr so viel essentielle Aminosäure der Muskulatur bereitstellen können, wie es an sich sein sollte. Und insofern, ja, ist das eine Ursache. Dann, auch ganz wichtig, brauchen wir natürlich bestimmte hormonelle Grundausstattung dafür, damit das passiert. Und auch da verändert sich ja im Laufe des Lebens sehr viel. Das hast du ja auch gerade angedeutet. Gerade bei Männern zum Beispiel ist das Wichtigste, und bei Frauen ja nicht anders, das Wichtigste Muskelaufbauhormon ist ja das Testosteron. Was ich dafür benötige, eben Muskelaufbau auch wirklich zu generieren. Und das versiegt natürlich auch ein wenig mit zunehmendem Alter. Aber auch hier kann es Entwarnung geben. Das sage ich immer wieder, je mehr Muskelmasse du aufgebaut hast, umso höher ist auch der Testosteronspiegel in der Regel. Also es ist ein Teufelskreis. Habe ich möglicherweise weniger Muskelmasse durch Inaktivität mehr erworben, versiegt quasi mein Testosteronspiegel. Und dadurch kann ich auch wieder schlechter Muskelaufbau betreiben. Das heißt, ich muss quasi einmal richtig daran. Und das ist bei der Frau ja nicht anders. Auch die hat ja sehr viel, in Anführungsstrichen, davon profitiert, dass sie auch Testosterone noch besitzt. Aber auch die werden natürlich immer weniger. Das heißt also, die Aufbauhormone, die verändern sich ab einem gewissen Alter und damit auch die Möglichkeit, Muskelaufbau zu generieren. Sondern ganz im Gegenteil, sogar Verhältnismuskelaufbau, Abbau verändert sich zu Ungunsten eben. Und das ist natürlich dann nachhaltig problematisch. Ja, wir werden jetzt alle ganz schnell depressiv, wenn wir dir weiter zuhören. Vielleicht kannst du jetzt kurz nochmal was zu den Mitochondrien sagen und zum oxidativen Stress, der sich ja auch noch in den Zellen deutlich spiegelt. Ja, also Mitochondrien, genau, das Kraftwerk der Zelle. Das Kraftwerk der Zelle heißt also, dass es uns eben die Energie für unser Leben quasi bringt. Das heißt, die Mitochondrien sind den ganzen Tag aktiv und liefern uns die Energie, damit wir zum Beispiel 36,6 Grad Körpertemperatur haben, dass die Haut sich reparieren kann, dass wir die Treppe hochrennen können, dass wir Tasche tragen können, Freunde besuchen können. Oder einfach nur lachen oder lieben können. All das machen die Mitochondrien. Und auch die leiden natürlich, wenn wir uns erstens nicht vernünftig ernähren und zum Zweiten eben auch nicht ausreichend körperlich aktiv sind. Weil auch die brauchen Reparaturprozesse. Auch die brauchen optimale Versorgungsprozesse. Und da auch nochmal eine schöne Botschaft vielleicht. Sportler haben in der Regel die doppelte Anzahl an Mitochondrien in der Muskelzelle. Und damit kann man sich vorstellen, viel mehr Vitalität für den Alltag, während Menschen, die eben Alterungsprozessen unterliegen, eine sehr schlechte mitochondriale Gesundheit aufweisen, weil die Zellen vermüllt sind, weil die Zellen eben der Mitochondrien keine Nahrung mehr geben, optimal sich zu reparieren und zu restaurieren. Das heißt also, die mitochondriale Gesundheit ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, auch wie geht es letztendlich unserer Muskelzelle. Und da kommt jetzt natürlich die reinen Radikale wieder ins Spiel. Die sind ja unterwegs und freie Radikale, wie man das schon hört, sind kleine Terroristen, die auch die Zellen angreifen und damit häufig auch die Zellmembran zerstören, weil sie eben nach Atomen suchen, nach Ausgleich suchen, dass sie wieder schön harmonisch ausbalanciert elektrisch sind. Und da greifen sie unter anderem eben nicht nur die DNA an, was sogar passieren kann, dass sie unser genetisches Gut eingreifen, sondern sie zerstören natürlich auch Zellstrukturen und damit auch Aufbau-Umbauprozesse oder Energiebereitstellungsprozesse, weil auch Mitochondrien angegriffen wäre. Und daran sieht man schon, wie komplex das Ganze ist. Aber es zeigt auf der anderen Seite auch aus, dass der Lebensstil da sehr darauf einzahlt. Wie geht es meiner Zelle? Wie geht es meiner Muskulatur? Wie geht es damit meiner Vitalität? Und da haben wir, glaube ich, vieles in der Hand und das ist nach der depressiven Stimmung, die ich gerade produziert habe, die gute Botschaft. Aus diesem tiefen Loch können wir auch wieder rauskommen. Ja, ich will trotzdem noch ein bisschen weiter Schrecken verbreiten, damit die Motivation, um da rauszukommen, noch größer wird. Beschreib doch mal kurz die Krankheiten, die auf uns lauern, wenn wir sarkopenisch sind. Also das heißt, wenn wir zulassen, dass der Muskelschwund tatsächlich für uns so stark wird, dass wir richtig schlapp werden. Und es sind ja auch mehrere andere Krankheiten noch damit verbunden. Dieses Schreckensszenario bitte noch einmal. Also ich mache das nochmal weiter. Ich begründe das aber einmal nochmal mit dem Blick in das Innenleben des Körpers. Wir sind ja alle mit einer gewissen Balance von Körperstrukturen ausgestattet geboren worden. Und das macht ja auch Sinn. Wir haben einen gewissen Wasseranteil, wir haben einen gewissen Anteil an Bindegewebe, an Knochensystemen, an Muskel- und an Fettsystemen, weil wir alles das brauchen. Wenn wir an Muskelmasse verlieren, durch Inaktivität insbesondere oder später durch Sarkopenie, dann verändern wir die Körperkomposition und damit das Orchester des Körpers. Das bedeutet, wenn wir uns die Körperzusammensetzung anschauen, haben wir zwei ganz große, miteinander kommunizierende, quasi Grundbausteine des Körpers. Und beide beeinflussen den Körper durch Ausschüttung von sogenannten endokrinen Botenstoffen. Das ist das Fettgewebe, was sogenannte Adipokine ausschüttet. Und das sind die Muskelmassen, die Myokine ausschütten. Adipokine, das wissen wir seit vielen Jahren, wenn wir da zu viel von haben, stören total unser Immunsystem, weil sie nämlich Entzündungsparameter stimulieren. Und diese Entzündungsparameter, die begünstigen ganz viele verschiedene Erkrankungen, zu denen die später nochmal einmal kommen. Aber wir wissen auch, Rebs, Gelenkbeschwerden, all das resultiert daraus. Haben wir eine Balance allerdings im Körper, dann haben die Myokine eben doch auch so viel Gewalt und Macht im Körper, dass die Adipokine eben nicht über Gebühr quasi ihren Raum findet können. Habe ich also das Körperverhältnis verändert? Negativ. Zu wenig Muskelmasse wird also, obgleich ich auf der Waage immer noch eine gute Figur mache, weil ich versuche ja die Waage zu befrieden zu stellen und nicht meinen Körper, habe ich also quasi eine relativ klare Größe an Fettmasse, aber im Verhältnis relativ betrachtet eben zu wenig Muskelmasse. Das führt zu einer Veränderung und daraus resultiert Diabetes, klassisch Typ 2. Warum? Weil wir dadurch eben einen großen Verlust in der Zuckerverbrennung, im Zuckerstoffwechsel haben, wenn wir zu wenig Muskelmasse haben. Muskel lieben Zucker und wenn das Verhältnis sich verändert, habe ich eben klassisch Typ 2 Diabetes. Ich habe große Veränderungen eben im Metabolismus und daraus resultieren eben Fettstoffwechselstörungen. Und ich bin nicht mehr in der Lage ausreichend Fette zu verbrennen, die Triglyceride zu nutzen und ähnliches genauso. Ich habe eben große Veränderungen auch hier im Bereich der Entartung von Zellen, Krebszellen, die daraus provoziert werden. Da spielen Entzündungen eine Rolle, der oxidative Stress eine Rolle, aber insbesondere auch der Schutz der Gewebesorten, der Gewebetypen eben durch die sogenannten Myokine. Ich habe Versteifung der Blutgefäße, ich habe dadurch Bluthochdruck und damit eine höhere Belastung letztendlich unserer großen inneren Organe, Herz und Gehirn und auch Lunge. Und ich habe natürlich auch insbesondere kleinere Proteinspeicher im Gehirn, weil natürlich Muskeln immer nach Protein lächzen. Selbst im Gehirn entwickeln sich daraus durch bei aktiven Menschen größere Proteinspeicher, die auch genutzt werden können, insbesondere gegen Demenz und Alzheimer zu agieren, weil eben bessere Reparaturprozesse stattfinden können. Und wenn wir jetzt nochmal weitermachen, dann heißt das, das Immunsystem schwächelt. Wir haben eben Gelenkprobleme, weil Muskulatur nur die Gelenke ernährt, also Arthrose, selbst entzündlich-rheumatische Erkrankungen werden dadurch provoziert. Heißt also, das Spektrum der Erkrankungen, das sind letztendlich alle zivilisationsbedingten Erkrankungen, profitieren davon, von einer guten Muskelmasse habe ich sie nicht, droht die Gefahr eben eines großen Super-Gaus. Und das, was bisher auch noch nicht so dominant war, ist, dass vielleicht auch als letztes, dass selbst eine große Muskelmasse auf kardiale Risiken, auf Herz-Kreislauf-Risiken einzahlt. Wir wissen selbst, dass die Gefahr, einen Herzinfarkt zu erleiden, bei weniger Muskelmasse größer ist als bei ausgeglichener Muskelmasse. Und über alle Mortalitätsraten hinweg ist der größte Grund, dass ein Risiko, frühzeitig zu versterben, darin liegt, dass eine Sarkopene, also die Sarkopänie-bedingte Verlustsituation von Muskelmasse entstanden ist. Ein Horrorkabinett an Krankheiten durch Bewegungslosigkeit und Muskelmasseabbau und Kraftabbau. Und jetzt kommt noch eins dazu, nämlich was rein Mechanisches, die Sturzgefahr. Die wird auch immer höher, wenn ich weniger weiße, vor allem Muskelfasern habe. Da gibt es ja fürchterliche Zahlen. Also ich glaube, jeder dritte 65-Jährige stürzt einmal im Jahr und jeder zweite 85-Jährige stürzt schon zwei bis dreimal pro Jahr. Und das gibt dann diesen gefürchteten Oberschenkelhalsbruch und den überleben viele ja gar nicht. Ja, und da muss ich auch sagen, leider werden auch die falschen Interventionen wirklich gemacht, um den Menschen echt zu helfen. Sarkopänie, wie vorhin schon mal auch beschrieben, geht ja auf die weißen Muskelfasern. Und das betrifft eben die ganzen älteren Menschen, gerade so ab dem 50. und 60. Lebensjahr. Die bewältigen ihren Alltag mit den roten Muskelfasern noch wunderbar. Man kann die Zeitung lesen, man kann die Tasse Kaffee noch trinken, man kann langsam spazieren gehen. All das ist möglich. Aber wenn man plötzlich ausrutscht, hat man keine Chance mehr, diesem Ausrutschen zu entgehen. Weil eben keine Muskelfasern im Sinne der weißen Muskelfasern mehr vorhanden sind. Und wenn ich dann sogenannte Sturzpräventionskurse mache, wo ja sowieso niemand hin möchte, so wirklich. Oder würdest du in so einen Kurs gehen, der Sturzpräventionskurs heißt niemals. Das ist ja furchtbar. Dann müssen wir letztendlich doch andere Interventionen haben, die letztendlich ganz bewusst auf das Sarkopänie-Problem abzielen. Und das Sarkopänie-Problem, vielleicht nochmal kurz erläutert, davon gehen wir aktuell aus, ist ein Problem, was daraus entsteht, dass nämlich es auf der motorischen Endplatte, und diese motorische Endplatte ist quasi die Synapse, die Verbindungsstelle, Verbindungsstelle der Stecker, der vom Nerven in die Muskulatur hineingeht, um das Signal des Nervens zu übertragen und damit direkt auf die weiße Muskelfaser abzuziehen. Und die, damit das funktioniert, diese weiße Faser auch wirklich diesen Signal aufnehmen kann, braucht das Signal eine gewisse Frequenz. Und diese Frequenz, die wird immer langsamer im Laufe des Lebens. Und deswegen kriegen wir nicht so richtig die weißen Fasern mehr aktiviert, weil auch die motorische Endplatte das nicht mehr so gut durchlässt. Heißt also, wir müssen daran arbeiten. Und das heißt, da können wir nicht mit Gleichgewichtstraining drangehen. Da sagt man ja Oma und Opa, sagt man immer, stell dich mal auf ein Bein und balanciere mal so aus. Das ist alles schön und gut. Rote Muskelfaser, das ist Balance-Training. Aber das ist kein Training im Sinne der weißen Fasern. Da muss Oma und Opa schon mal hüpfen, springen, sprinten fast, so kann man es sagen. Oder eben auch schon mal hohe Lasten bewältigen, damit man nämlich diese schnellen weißen Fasern überhaupt bekommt. Kommen wir sofort dazu. Vielleicht noch ein Zitat einer Freundin von mir, die ihre Mutter, die in einem Altersheim lebt, gerade besucht hat. Die sagte, du, ich habe den Eindruck, diese Rollatoren, an denen die ganzen alten Leute da laufen, das sind Mordinstrumente. Die sollten die möglichst nicht einsetzen. Wie siehst du das? Ja, genau so. Das heißt also, das ist ein Riesen-Business natürlich, was dahinter steckt. Und jeder bekommt ganz schnell, einfach sogar ohne gefragt zu werden, bekommst du einen Toilettenstuhl, einen Rollator und noch irgendwas nach Hause gebracht. Und leider zahlen wir das alle. Und das ist schlimm. Und niemand hat bisher versucht, die Alten, die Senioren wieder wegzubringen von diesen Hilfsmitteln und nach Hause zu bringen, weil auch das ist möglich. Und dafür brauchen sie eben ein Muskeltraining. Und ich habe auch noch niemals ein Anti-Rollatoren-Training gesehen. Was wir allerdings brauchten, das wäre die beste Prävention für die Gesundheit unserer Senioren und Seniorinnen. Ja, dringend weg damit, weil Hilfsmittel im Sinne der Kompensation reduzieren weiter die Fähigkeiten der Betroffenen. Und das ist eben dann, wir werden immer schlechter dadurch, dass wir ihn zu früh und zu abhängig, und dass wir ihn zu früh abhängig machen auch von diesen Hilfsmitteln. Und um den Spannungsbogen jetzt noch weiter aufzubauen, hin zu dem, was wir wirklich effizient tun können, würde ich jetzt gerne noch wissen, viele sind interessiert, auch schon jüngere Menschen zu messen. Wie bin ich denn so drauf muskelmäßig? Wie bin ich denn drauf auch mit meiner Schnellkraft und mit meinen weißen Muskelfasern? Und wie viel Fett habe ich denn jetzt eigentlich? Es gibt doch schon etliche Messmöglichkeiten, Messmethoden, das jeden Tag sich anzuschauen, auf einer Waage zum Beispiel. Ja, die wagen, wenn sie gut sind, die könnten das. Ja, wenn sie gut sind, das ist das wichtigste Stichwort. Man kann die Körperkomposition, wie du sie gerade beschrieben hast, mit Wagen messen. Man stellt sich drauf und dann wird ein kleines elektrisches Signal durch den Körper geschickt. Und daraus errechnet man dann insbesondere die großen Kompositionen, Fettmasse und Muskelmasse. In der Regel ist eine Zweipunktmessung, wenn man nur drauf steht, zu gering von der Qualität her, weil das Signal dann meistens nur bis zum Becken hochgeschickt wird. Wenn man sich also eine gute Waage zulegt, dann muss sie mindestens eine Vierpunktwaage sein. Das heißt, ich muss noch zwei Aufnehmer quasi im Bereich der Hände haben, denn dann weiß ich, okay, es ist ein Gesamtkörper-Messinstrument, was ich hier zur Verfügung habe. Das ist das Erste. Man kann das natürlich auch etwas intensiver machen, oder besser und genauer, indem man eine sogenannte Bioimpedanzanalyse, so heißt das, BIA kurz, bei einem erfahrenen Hausarzt, bei einer guten sportmedizinischen Praxis oder vielleicht auch in einem guten Fitnessstudio machen kann. Da legt man sich hin, das Wasser verteilt sich im Körper, dann wird der Strom durch den Körper geschickt und dann weiß man ungefähr, wieso die Zusammensetzung sind. Kann jeder machen, sollte man auch mal machen, insbesondere wenn man erkennt, okay, ich nehme nicht ab, mein Gewichtsmanagement läuft mir aus dem Körper heraus, ich habe keine Chance mehr oder eben meine Vitalität geht mir verloren. Dann gibt es auch, plädiere ich aktuell auch zu, gerade für ältere Herrschaften, eine Handkraftmessung, denn die Hände sind ja oft ein wunderbarer Indikator dafür, wie geht es überhaupt mit der Kraft um die Person. Aber da müssten die Ärzte ein Instrument haben, auch das ist eine Möglichkeit. Darf ich kurz, Entschuldige, darf ich da kurz mal dazwischen? Na klar. Ich habe mal für, weil ich selber auch Botschafterin bin, für eine große Studie, Shape heißt die, zum Thema, wie Menschen in Europa altern. Ich habe dieses Gerät mal benutzt und ich muss sagen, ich mache relativ viel regelmäßig Sport, aber ich sitze natürlich doch auch viel an meinem PC und mache Tastenarbeit. Und meine Hände benutze ich beim Sport relativ wenig, aber meine anderen Muskeln ja. Und mein Handkrafttest war nicht so gut. Also ich war da eigentlich ziemlich alt. Ist das wirklich so aussagefähig, dieser Test für Menschen, die zwar Sport treiben, aber eben doch viel tippen? Nein, so ist es. Also man muss immer zielgruppenspezifische Tests natürlich anwenden. Ja, genau. Das ist ja eindeutig. Das heißt also, wenn du trainierte Menschen hast und beispielsweise kann ich einen Läufer nicht aufs Laufband setzen und genauso wie umgekehrt kann ich einen, da kommen ganz grottige Ergebnisse raus. Ja, insofern, es muss zielgruppenspezifisch sein und dass, wenn du viel Sport treibst, ist dieser Test nicht ausreichend und richtig. Dann wäre es wirklich in der Tat nur, wie du sagst, erst mal die BIA, um großartig in neutraler Position das zu messen. Da gibt es auch sehr, sehr schöne Messmethoden mittlerweile, die sehr genau sind. Und da sollte man einfach nachfragen. Es gibt übrigens einen Alltagstest auch, der gerade auch für ältere Herrschaften, ich weiß nicht, ob sie uns zuhören, oder wenn ihr aber Oma und Opa zu Hause habt, dann macht den mal zu Hause mit den beiden. Wer nicht innerhalb von 15 Sekunden fünfmal aufstehen kann, wird relativ schnell pflegebedürftig sein. Weil eben das eine der Grundfertigkeiten ist, aufstehen und hinsetzen. Also in 15 Sekunden fünfmal hinsetzen und aufstehen. Wenn ich das nicht kann, wird Pflegebedürftigkeit innerhalb der nächsten zwei Jahre drohen. Und das zeigt schon, ja, auch hier ist die Muskulatur der Garant, Selbstständigkeit und Mobilität zu erhalten. Es dient also weit mehr als nur dem Erhalt quasi von gesundheitlichen Aspekten. Und es dient insbesondere der Lebensqualität von uns allen, wenn wir unsere Muskelkraft und Muskelmasse erhalten können. Und da sind wir jetzt tatsächlich bei dem, was wir optimal und effizient tun könnten. Übrigens diese Sit-to-Stand-Übung, die du ja gerade eben beschrieben hast. Kannst du da noch ein bisschen genauer sagen? Die Arme müssen ja so verschränkt sein vor dem Körper. Und du darfst dich eigentlich nicht so richtig hinsetzen auf den Stuhl, sondern solltest eigentlich mit den Po-Backen gleich wieder hochschnellen, bevor sie den Sitz berühren. Vielleicht kannst du den kurz mal beschreiben. Das ist für viele interessant. Ja, also man macht die klassische Kniebeuge oder Sit-to-Stand, wie du es gerade gesagt hast. Also man geht aus dem aufrechten Stand, hat man zum Beispiel eine stabile Sitzfläche hinter sich stehen, einen stabilen Stuhl, am besten einen Vierpunktstuhl, damit nicht kippelt. Und dann senkt man langsam das Gesäß ab, so bis man mit dem Gesäß kurz die Oberfläche berührt des Stuhls und dann stellt man sich wieder hin. Und schulterbreit etwa der Stand, damit man sehr sicher steht. Die Arme sind in der Regel vor der Brust verschränkt. Oder wer das eben nicht kann, der stellt sie mindestens in die Hüfte, sodass sie dort eben positioniert sind. Sie dürfen einfach nicht zum Schwung holen eingesetzt werden. Das soll ausschließlich eben mit der Beinkraft standfinden. Und dann geht man hoch und runter quasi, setzt sich hin, kurzer Kontakt nur und dann stellt man wieder auf. Und das innerhalb von 15 Sekunden eben fünfmal. Atmen bitte dabei nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen gerade bei unsicheren Personen, in der Regel auch die Möglichkeit bieten, dass sie daneben, davor oder dahinter eine Möglichkeit des Abstützens haben, damit sie gerade, wenn es etwas müder wird, nicht ins Wanken geraten. Also quasi Sit to Stand, aufstehen, hinsetzen, Test, nur kurzer Kontakt, 15 Sekunden messen, fünfmal muss es stattgefunden haben. Und dann, wenn man schon weiß, es wird schwer, dann sollte man daran arbeiten. Das würde bedeuten, die Testposition ist gleichzeitig auch die Trainingsübung. Dann üben Sie das auch einfach. Genau diese Übung, aufsetzt und hinstehen, ist für unsere Senioren der Garant, eben eigenständige Mobilität zu erhalten. Und man kann seinen Fortschritt auch wunderbar ablesen an der Zahl der Sit to Stand Übungen pro 15 Sekunden oder 30 Sekunden. Da gibt es auch schöne Listen im Internet, wo man dann für Frauen und Männer und auch aufs Alter bezogen sehen kann, wie stehe ich denn da und wie gut kann ich mich denn jetzt eigentlich schon selber trainieren. Jetzt kommen wir also zu dem Thema, was können wir tun und möglichst effizient, ich betone das immer, dass man auch das Gefühl hat, ey, ich mache ja auch Fortschritte. Ab welchem Alter würdest du denn sagen, gerade weil eben es ja vor allem erst mal um den Schwund der weißen Muskelfasern geht, den wir einfach irgendwann realisieren müssen, ab welchem Alter würdest du sagen, ist ein Krafttraining für jemanden, der unheimlich gerne sich draußen bewegt und eigentlich eher Ausdauersport macht, ist das absolut zusätzlich notwendig? Ja, also ich würde sagen, spätestens ab dem 30. sollte man damit beginnen. Idealerweise machen das natürlich die meisten nicht, weil ab 30, wissen wir, verändert sich Muskulatur, verändert sich Muskelmasse. Ich weiß, da haben wir anderes zu tun, Karriere, Haus, Familie und so weiter und so fort, aber der späteste Zeitpunkt ist 45. Das ist der allerspäteste Zeitpunkt, weil dann haben sich schon viele, viele Probleme eingespielt und wir wissen ja, dass auch viele Erkrankungen bereits mit dem 40. 45. Lebensjahr kommen. Und deswegen, je früher wir da beginnen und deswegen, wenn du mich fragst, ab dem 30. wäre das ideale Thema langsam wieder Muskulatur und das kann man ruhig auch, wie du sagst, als Ergänzung zum Beispiel eine Ausdauereinheit hinten machen, ein bisschen in gymnastischer Form. Denn da ist der Körper noch sehr schön trainierbar und muss auch noch nicht so intensive Lasten aktuell haben. Wenn du dann in Form der Gymnastik danach ein wenig etwas machst, ein paar Liegestütze machst, ein paar Kniebeugen machst, ein bisschen Muskeltraining für Bauch und Rücken machst, dann kannst du schon viel kompensieren. Aber so ab dem 45. brauchst du dann in der Regel schon Zusatzlasten, weil dann ist es schon sehr viel spezifischer, was man tun muss und dann wird es auch in der Regel intensiver, was man machen sollte. Und da wird es jetzt spannend. Ich selber bin kein Fan von Studios, von Fitnessstudios, von den Maschinen. Verstehe ich. Und ich finde auch immer diese immer ewig gleiche Bewegung und ich liebe es einfach, mich mit vielen verschiedenen Gelenken gleichzeitig zu bewegen. Was ist da ein absolutes Muss? Was muss ich mir da merken? Also ich denke zum Beispiel, ich arbeite mit Hanteln, ich arbeite mit diesen Bändern, ich mache mit Eigengewicht, also eben Plank und all solche Dinge. Reicht das aus über 65? Oder muss ich doch mich irgendwann mal zwingen, was weiß ich, riesige Gewichte zu stemmen oder eben doch ins Fitnessstudio zu gehen und mich in die Maschinen einzuzwängen? Also wir in Köln sagen ja, je oller, je doller. Je älter wir werden, umso intensiver sollte man in der Regel trainieren. Aber ich weiß, dass ja auch viele Menschen eine Scheu davor haben, das zu machen. Und ein Kontakt zum Eisen ist ja für viele auch nicht angenehm. Der große Vorteil an Studios ist natürlich die Betreuung. Gerade wenn du sagst, komplexe Bewegungen brauchen natürlich eine gewisse Grundkompetenz. Wie mache ich es denn richtig? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass in der Regel moderne Geräte führen. Da ist eine große Sicherheit eben gegeben, dass die Übung und damit auch die Intensität korrekt ausgeführt wird. Der anderen Seite kann man natürlich wirklich sehr, sehr viel im Alltag auch gezielt machen. Die Leitlinie sollte immer so sein, Muskeln müssen brennen, damit sie wachsen. Das ist die Leitlinie. Und die Leitlinie bedeutet also, Muskulatur muss energetisch ausbelastet werden. Und ausbelastet heißt, dass wenn wir zum Beispiel mal das Treppenhaus nutzen, was wir viel zu wenig machen, und würden zwei Stufen jeweils nehmen, bis zur dritten Etage, dann wissen wir genau, wir haben ein wahnsinnig gutes Training für die Beinmuskulatur und Gesäßmuskulatur gemacht. Das erübrigt sich, da muss ich nicht noch eine große Kniebeuge möglicherweise machen. Aber das ist dann die Alternative. Das heißt, da muss ich mir ganz gezielt Situationen suchen, wo ich das etwas nachvollziehen kann. Und da ist das Treppenhaus für mich noch immer eine der besten Trainingstätten. Heißt also, je kleiner die Muskelgruppe, umso leichter kann ich also möglicherweise auch selber irgendwelche Belastungsformen schaffen, je größer die Muskelgruppe, umso größer die Belastungsform auch sein muss, umso schwieriger wird es irgendwann, Belastung halt aufzuoktroyieren. Du kannst natürlich zu Hause mit einer kleinen Handel etwas für den Bizeps und Trizeps tun. Du kannst gerne Stützübungen machen am Stuhl für Bizeps und Trizeps oder einen Liegestütz oder Ähnliches. Geht alles. Aber, okay. Wie gesagt, gerade für die so wichtige Beinmuskulatur muss man sich andere Situationen schaffen, die wirklich Belastung darstellen. Belastung eben im Sinne von Brennen der Muskulatur. Da helfen manchmal Handel oder natürlich auch irgendwelche Gummizüge, Seilzüge, die ich dafür einsetzen kann. Und wenn ich mir zu Hause wirklich das einrichten könnte, wenn ich die Räumlichkeiten habe, warum denn nicht? So, und dann fragen manche, hey, ich kann es mir ja einfacher machen mit einer Powerplate oder auch mit so einer Elektrostimulation. Ja, das wird ja gerade auch sehr gehypt. Powerplate ist ja eine ganz alte Methode, die seit vielen Jahrzehnten im Markt ist. Vibration hat bei dem Spitzensport eingesetzt, um die weißen Muskelfaser zu aktivieren. Primär, weil Vibration ist ein Störfaktor für die Muskulatur. Das mag sie nicht, sie wehrt sich dagegen. Und insofern ja, aber es ist eine passive, in der Regel von außen stimulierte Geschichte. Das kann immer nur additiv sein, niemals Ersatz. Immer nur als Addition. Das Gleiche ist letztendlich für mich, also ich mache zum Beispiel auch ab und zu Powerplate. So ein bis zwei Mal in der Woche stelle ich mich drauf, weil auch schon natürlich Knochenstimulation dabei stattfindet. Stochastische, also ungewohnte Belastung. Aber immer nur additiv. Und das Zweite ist, das ist EMS, was du angesprochen hast, die Elektromyostimulation. Bekommt man ja Platten auf den Körper oder man steigt in einen Anzug rein, wo Platten eingelassen sind, Metallplatten. Strom wird ausgeübt auf den Körper. Kommt aus der Reha, also sehr sinnvolle Maßnahme, um die Atrophie der Muskulatur, also den Muskelschwund, durch Nichtnutzung zu vermeiden. Allerdings auch hier wichtig, es ist eine von außen gerichtete Stimulation. Es muss immer additiv verstanden werden. Ich muss selber lernen, Muskulatur zu aktivieren. Es ist kein Ersatz. Es ist eine zusätzliche Belastungsform. Ich habe mich natürlich genau vorbereitet auf dieses Gespräch mit diesem Super-Experten. Ich habe zum Beispiel folgende Zahl des American College of Sports Medicine. Ab 65 sollte man zwei bis vier Mal pro Woche 30 bis 60 Minuten Krafttraining machen. Wow. Ja, ich sage, aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, hier Oller geht doller. Zweimal, ja. Ja, ich weiß, hier Oller geht doller. Also ich sage mindestens zweimal, weil zweimal ist echt das Minimum, weil ich weiß, das ist auch schwierig. Wichtig ist auch zu wissen, bitte, wenn man zwei bis vier Einheiten macht, Muskulatur braucht Pause. Wir haben ja ganz am Eingang gesprochen, okay, was passiert, wenn Muskulatur repariert wird, das Immunsystem ist aktiv, Stammzellen können aktiviert werden und das braucht Zeit. Und das braucht in der Regel 48 bis 72 Stunden. Das heißt also ruhig immer mal nur jeden zweiten, dritten Tag die Muskelgruppe, die ich schon einmal beansprucht habe, wieder beanspruchen. Ich kann das natürlich wechseln. Ich mache mal Oberkörper, mal Unterkörper. Aber vom Grundsatz her, ja, idealerweise zwei. Und je älter ich werde, kann ich wirklich das Ausdauertraining ein wenig reduzieren und mich mehr auf die Muskelkraft fokussieren. Das heißt, ich tausche dann einfach die Sporteinheiten inhaltlich aus. Und wenn du schon über Pausen sprichst, dann lass uns doch gleich über HIIT sprechen, also Hochintensivintervalltraining. Auch das ist ja sozusagen ein Muss in der modernen Beratung des Muskelaufbaus, oder? Ja, High Intensity heißt das ja. Und Intervall heißt ja letztendlich, dass man das Abwechsel mit Pausen und intensiver Belastung quasi ausführt. Und High Intensity ist ein sehr kompaktes Training. Und deswegen, wir haben ja auch vorhin schon mal gesagt, weiße Muskelfasern. Und weiße Muskelfasern brauchen intensives Training. Und gerade auch bezogen auf das Ausdauertraining, wenn ich es denn schon tue, könnte es zum Beispiel bedeuten, dass ich auch schon mal einen Sprintlauf mit einpflege. Oder mir mal einen kleinen Hügel suche, auf den ich höher, schneller, quasi hoch sprint im weitesten Sinne. Also bewusst Hindernisse mir in den Weg suche, die hohe Intensitäten einfach zulassen. Und nicht eben das monotone, gleichförmige, immer im ruhigen Modus quasi durchgeführte Ausdauertraining. Das ist für den Körper irgendwann langweilig und bringt nichts mehr. Schnellkrafttraining, das ist ja wohl das Zauberwort. Und das, wenn ich mir das vorstelle, also ich spreche jetzt für alle, die zuhören und zuschauen, das ist manchmal mit etwas unangenehmen Gefühlen verbunden, nämlich das Hüpfen zum Beispiel. Ja, ich denke mal, kann ich eigentlich noch ganz locker. Aber wenn ich es dann mal tue, merke ich, dass es eigentlich gar nicht mehr so richtig gut geht. Also Schnellkrafttraining ist jetzt zusätzlich zum HIIT oder zu dem, was ich an Maschinen tue, das hast du ja eben schon angedeutet, elementar wichtig. Ja, gerade das Hüpfen, das Federn, das Springen, das ist ja das, was wir verlernen. Und zwar muss man das vielleicht auch nochmal einmal, wenn man kurz in die Muskulatur hineinschaut, gibt es ja verschiedene Kontraktionsformen. Aber mit zwei großen Formen ist eine konzentrische, überwindende Form der Kontraktion. Das heißt, ich nehme eine Handel in die Hand und beuge den Arm. Das ist also quasi ganz normal eine konzentrische Form. Wenn ich jetzt die Handel in die Hand nehme und strecke den Arm und ganz langsam, dann ist das eine exzentrische Kontraktionsform. Das heißt, die Muskulatur ist angespannt, wird aber trotzdem in der Länge verändert, wehrt sich dadurch zunehmend. Und genau das ist bei Schnellkraftaktivitäten häufig der Faktor bei Sprüngen, dass Muskulatur nämlich bei der Landung exzentrisch arbeitet und bei dem Absprung konzentrisch arbeitet. Dieser Wechsel, reaktiv nennen wir das, ist eine Fähigkeit, die wir dringend schulen müssen, weil wir eben so nur die Belastungsform, gerade im Alltag, wenn es mal etwas problematischer wird, für den Muskel trainieren können. Also abwechselnd quasi, konzentrisch, exzentrisch. Macht man, wenn man das zum Beispiel mal überträgt, bei der Kniebeuge, am besten so, indem man dynamisch hoch geht, aber ganz langsam runter geht. Klassische exzentrische Kontraktionsform. Beim Liegestütz, indem man langsam runter geht, sich schnell wieder hoch drückt. Schnellkraft hoch, langsam exzentrische Kontraktion runter. Also Geschwindigkeiten in der Belastung verändern, heißt gleichzeitig, Muskulatur besser zu trainieren. Und viele, die uns zuhören, gerade wenn es um ältere Menschen geht, die sagen jetzt, aber worüber reden die denn eigentlich? Ich habe Arthrose, ich habe ein Herzproblem, ich habe alle möglichen Alterskrankheiten. Da kann ich mich doch überhaupt nicht mehr so schnell und dann noch mit HIIT und ich weiß nicht was allen beschäftigen. Ich muss mal nur schauen, dass ich irgendwie durch den Alltag komme. Ja, das ist richtig. Aber den Alltag kann man besser bewältigen, als man es aktuell tut. Und nur vom Tun wird man besser. Und sich nur seinem Schicksal ergeben, ist auch die falsche Strategie. Ich weiß, dass viele Probleme des Alltags, möglicherweise auch Schmerzen, vielleicht hier limitieren. Aber nehmen wir mal das Thema Muskulatur. Natürlich habe ich die Möglichkeit, auch Muskeln zu trainieren, selbst wenn ich zum Beispiel arthrotisch veränderte Gelenkstrukturen habe. Dann mache ich einfach eine muskuläre, isometrische Anspannung. Was heißt das? Das heißt, ich bleibe sitzen oder stehen und spanne die Muskulatur mit voller Kraft an, indem ich sage, okay, hier, es muss Power aus der Muskulatur raus. Wenn ich das tue, habe ich einen Muskeltrainingsreiz. Heißt also, dass ich quasi durch einen Wechsel und insbesondere hier, machen wir bei vielen eben betroffenen Patienten genau immer so, dann trainieren wir isometrisch. Insbesondere auch bei verletzten, operierten Menschen ist das eine wunderbare Form, frühzeitig schon Muskeltraining zu betreiben, weil eben Muskulatur Anspannung erfährt, damit Training erfährt, ohne dass das Gelenk bewegt wird. Und das ist an sich eine schöne Botschaft. Für jeden ist es möglich. Muskulatur kann man immer beanspruchen. Ich habe gestern gerade noch mal eine Studie gelesen, die ganz klar sagte, je älter wir werden, desto stärker können wir uns belasten, wenn wir von der Jugend aus gucken. Und dann ist aber die Belastbarkeit eher wie ein umgekehrtes U. Die geht dann also irgendwann mal wieder runter. Und man muss sich durchaus im Alter, auch gerade Leute, die sehr gerne sehr viel Sport treiben, damit anfreunden, dass vielleicht eine Überlastung ab einem gewissen Alter auch nicht so günstig ist. Nein, das ist eindeutig so. Das heißt, die Reparaturprozesse sind im Alter natürlich nicht mehr die, die sie mit jungen Jahren waren. Ich brauche einfach länger dafür. Das heißt also, ich brauche einfach mehr Pausen. Und diese mehr Pausen führen einfach zu einer geringeren Gefahr der Überlastung. Das muss ich einfach akzeptieren. Das heißt also, wenn ich aber dann weniger häufig trainiere, heißt es umso mehr, sollte die Intensität nach oben gehen. Das heißt also, die Qualität sollte sich verändern. Und das ist genau vielleicht die Botschaft auch fürs Älterwerden. Mach mehr Qualität und weniger Quantität. Hast du früher eben viel mehr machen können, jeden Tag etwas, dann machst du jetzt so jeden zweiten Tag. Aber das mit einer größeren Bewusstseit, Achtsamkeit und mit einer höheren Qualität, dann kompensierst du das, was das Alter letztendlich von dir abverlangt, nämlich ein bisschen mehr Ruhe. Und wenn ich messen möchte, welche Fortschritte ich mache, was ist damit VO2 Max? VO2 Max ist ja die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen. Wie viel Möglichkeit hat quasi der Körper, Sauerstoff auf der Luft aufzusaugen und dann im Körper quasi zu nutzen. Und auch hier gibt es eben gute Möglichkeiten und da trainieren natürlich gerade Ausdauerathleten sehr gerne und sehr intensiv genau ihre Sauerstoffaufnahmekapazität, weil sie einfach mehr Leistung bringt. Und auch hier bitte keine Angst. Ich muss nur einfach lernen, mal tiefer zu atmen. Und das bedeutet fürs Training, lass auch ruhig mal eine erhöhte Herzfrequenz zu und habe keine Angst vor einer erhöhten Atemfrequenz. Denn je mehr und häufiger du tiefer atmest, hast du immer die Möglichkeit, mehr an Volumen dauerhaft quasi für den Körper zu akquirieren und zu rekrutieren. Heißt also, trainiere auch deine Sauerstoffaufnahme, weil auch die ist veränderbar. Und auch die Nutzung des Sauerstoffs im Körper ist veränderbar zum Positiven hin, indem du zum Beispiel einfach ja deine Blutzusammensetzung ein wenig veränderst und mehr rote Blutkörperchen schaffst durch eben mehr Transportsysteme dann also aufbaust. Ja, habe bitte auch, wenn du älter bist, keine Scheu, sondern arbeite an dir. Und wir wissen ja, dass Sauerstoff Leben heißt und arbeite also an dem komischen Wort VO2 Max, also das, was meint Volumen der Sauerstoffaufnahme, die dir möglich ist. Wir sind ja beim Ausdauertraining. Kannst du kurz noch sagen, wie man VO2 Max misst? Ja, in der Regel kriegt man da eine Maske auf und das ist nicht angenehm. Und dann macht man eine Belastung unter der Maske. Man bekommt also eine sehr definierte Sauerstoffgröße in die Maske hinein und dann sieht quasi das oder registriert das Gerät, wie viel Sauerstoff zieht der Körper raus. Und dann, auch das können wir übrigens bestimmen, eben nicht nur, wie viel zieht er rein in den Körper, sondern wir können auch sagen, wie viel nutzt er eigentlich diesen Sauerstoff? Das heißt, daran können wir zum Beispiel erkennen, wie lange ist die Person im Fettstoffwechsel sauerstoffreich? Wie lange nutzt er also den Stoffwechsel? Fett. Und zum Zweiten können wir erkennen, wann kippt das System, wann er plötzlich weniger Fette nutzt und wann nutzt er also quasi mehr Kohlenhydrate, sauerstoffarme Energiebereitstellung? Und so können wir quasi erkennen, wie nutzt er das? Wie viel ist eben Fettrekrutierung dabei? Wie ist Kohlenhydratrekrutierung dabei? Und wir können sogar sagen, wenn man das in Ruhe macht, kann man nämlich auch machen, wie nutzt der Körper überhaupt seinen Metabolismus, gezogen aus dem Sauerstoff? Und so können wir insgesamt über Stoffwechselaktivität, über eben diese Sauerstoffmaske quasi erfahren. Superspannend. Ruhig mal ausprobieren. Ausdauertraining. Wir haben jetzt schon einiges von dir gehört dazu. Ich glaube, es ist nicht ganz so gemütlich, wie wir es uns so vorgestellt haben, denn so die Weltgesundheitsorganisation und viele andere sagen ja, naja, so 30 Minuten pro Tag schnelles Gehen ist ja schon mal ganz, ganz toll. Du hast jetzt gesagt, ach, also erstmal ein Sprint dazwischen wäre schon mal gut, auch mal den Puls richtig hochbringen wäre schon mal gut. Und vielleicht, je älter du wirst, durchaus mal eine Ausdauersport-30-Minuten-Sitzung durch Kraftsport ersetzen oder noch zusätzlich dazu. Also der Wert des Ausdauersports mit zunehmendem Alter im Vergleich zum Kraftsport. Beschreib mir das bitte. Der wird deutlich geringer. Haben wir in der ersten Zeit wirklich natürlich die großen Gefahren der Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Bluthochdruck, wo wir Deutschen ja sehr intensiv darunter leiden, wenn man das mal statistisch betrachtet, ist das Ausdauertraining sehr bedeutsam. Und Ausdauertraining heißt in diesem Sinne Radeln, Schwimmen, Walken, Nordic Walken. Ja, das macht man in der Regel, so ist immer die Empfehlung in einem sehr moderaten Modus, eben sauerstoffreich, ohne dass man sehr außer Atem kommt, aber man hat eine erhöhte Atemfrequenz und Herzfrequenz. In der Regel die Größenordnung 180 minus Lebensalter, was die Herzfrequenz betrifft, ist so die Obergrenze des normalen gesundheitlichen Aktivseins. Bei mir würde das bedeuten, ich wäre irgendwo in einem Bereich von 110 bis 120 Schlägen, wenn ich ein normal trainierter Mensch wäre. Aber mit zunehmendem Alter wird eben die höhere Intensität der Belastung notwendiger. Und das heißt, auch das Herz-Kreislauf-System braucht höhere Belastungsspitzen. Und deswegen entweder macht man wirklich aus einem regelmäßigen, moderaten Ausdauertraining wirklich ein etwas höheres, intensiveres Training, intervallartig, mit Hügeln dazwischen, mit Tempoläufen dazwischen, mal mit Intervallspielen, Partspiele nennen wir das ja. Das ist also im Wechsel von Belastungsformen oder eben und man integriert eben in das oder nach dem Training immer die Form des Muskeltrainings. Früher gab es ja die Trimm-Dich-Pfade, die kennst du ja vielleicht noch. Das ist ja unsere Zeit sozusagen, wo wir das eben schön kombiniert haben. Das heißt, wir haben eine Ausdauereinheit gemacht und dann sind wir auf den Trimm-Dich-Pfad. Das kann man in Städten ja auch sehr schön machen, indem man dann eine Muskeleinheit dazwischen macht und dann läuft man wieder etwas intensiv weiter. Das heißt, die Städte und Kommunen bieten uns ja mittlerweile schon die Möglichkeiten dazu, Ausdauertraining mit Muskeltraining zu verbinden. Heißt für mich, je älter ich werde, umso höher und intensiver kann auch die Ausdauerbelastung werden und vor allen Dingen die muskuläre Belastung muss höher und intensiver werden. Und dann macht es durchaus Sinn, ein Wearable zu tragen, also so einen Ring oder ein Armband oder eine Uhr und zu gucken, wie ist denn jetzt meine Pulsfrequenz? Bin ich da auch mal ein bisschen höher gegangen? Zu hoch wahrscheinlich, 180, 200 ist wahrscheinlich eher ungünstig, aber zu niedrig ist auch doof. Variabilität macht Sinn. Also sich mal selbst zu spiegeln und zu kontrollieren ist nicht so verkehrt. Nein, ich glaube, das eicht einen ja auch. Du weißt, was du tust. Du hast eine gewisse Orientierung. Was ist eigentlich das, wo ich gerade stehe? Und dann erschrickt man ja. Das Gleiche, wenn man mal aufschreibt, was man so alles am Tag isst. Das Gleiche gilt ja hier für das Bewegen. Ja, genauso. Und wenn man das weiß, ja, dann kann man diese Dinger wirklich gut nutzen, um so eine gewisse Kontrolle. Spitzensporter nutzen das ja sowieso, um zu messen, Fortschritte, Veränderungen beispielsweise zu registrieren. Und Breitensportler können das natürlich auch nutzen, um so ein bisschen den Start, auch die Motivation in das körperlich aktive Leben zu finden. Ja, da gibt es verschiedene Formen. Wichtig ist nur, wie du richtigerweise sagst, dass man es nicht nur nutzt, um Training zu steuern, sondern vielleicht auch um Notwendigkeit von Pausen zu registrieren. Das machen ja viele dieser Gerätschaften auch, dass die mir helfen dabei, gerade in der Anfangsphase, so ein bisschen Belastung und Regenerationsfenster miteinander zu kombinieren. Und so bekomme ich quasi Informationen und werde dadurch schlauer, kompetenter. Wie gestalte ich eigentlich mein Training dann selber? Eine Studie habe ich gestern gefunden, da hieß es, die Herz-Kreislauf-Erkrankungsgefahr würde steigen, wenn ich abends Sport mache, auch gerade belastenden Sport. Es wäre viel besser, wenn ich das morgens täte. Siehst du das auch so? Nein, das sehe ich nicht so. Ganz im Gegenteil sogar. Es kommt nur darauf an, wie mache ich es denn in der Tat? Wobei ich eben auch sagen würde, mir wäre lieber morgens den intensiven Sport zu betreiben als abends. Warum abends? Weil abends etwas problematischer, weil natürlich der Körper den Sport nachbearbeiten muss. Und ist er intensiver, dann haben wir über längere Zeit natürlich auch Stresshormone durch den Sport im Körper herumschwirren und die Regenerationshormone sind bei weitem nicht so intensiv mehr. Da ist das Cortisol sehr aktiv, die Herzfrequenz ist erhöht, der Blutdruck ist erhöht, beispielsweise. Insofern heißt das ja, ich würde auch immer eher abends die ruhigere Sportart ausführen oder mindestens die Möglichkeit dann geben, richtige Regeneration zu betreiben. Das heißt also, dann wirklich auch dem Körper zu helfen, zu regenerieren, ihn eben nicht nur dann auf die Couch zu legen, mit okkulentem Essen zu versorgen, ich habe ja was getan, sondern wirklich, dann muss man auch Regeneration wie Spitzensport das machen, optimal betreuen. Das heißt also, es ist immer ein Gesamtpaket. Die Gefahr resultiert nicht aus der körperlichen Aktivität am Abend alleinig, sondern aus dem Verhalten insgesamt drumherum. Und da ist es natürlich problematisch, wenn ich es zu intensiv betrieben habe. Klar, ganz neue Formen von Fitnesstraining, also zum Beispiel KI-gesteuerte Fitnesscenter, wo also ein Avatar sozusagen mit mir trainiert und ich habe Sensoren an meinem Körper. Und dann gibt es ja auch Chat-GPT-gesteuerte Programme, in denen ich mich selbst eingeben kann und dann mit diesem Chatbot ein bisschen arbeiten kann. Was hältst du davon? Ja, ich glaube, dass das natürlich eine gewisse Grundkompetenz braucht, aber wir probieren, ich arbeite ja auch gerade damit, mal zu schauen, wie funktioniert das. Die Zukunft wird es, glaube ich, bringen, dass man, wenn es individualisierte Trainingsprogramme und Empfehlungen geben wird und die Sensorik wird es auch mit sich bringen, dass ich natürlich über die Kameras sehr schön kontrolliert werden kann und vielleicht sogar mit einem echten Trainer zusammenzuarbeiten kann, auch wenn ich irgendwo weltweit auf Reisen bin. Das ist schon sehr schön möglich. Das heißt also, ich weite quasi mein Trainingspektrum aus und bin da viel flexibler, viel kreativer und bekomme vielleicht auch viel schneller modernes Know-how. Das heißt, dass das Wissen sehr viel schneller mich erreicht, als es aktuell der Fall ist. Ich habe gesehen, Ausdauersport setzt ein Molekül frei, das den Hunger reduziert. Das heißt also, wenn ich tatsächlich regelmäßig, was weiß ich, Rad fahre, schwimme oder auch nur laufe, habe ich insgesamt weniger Hunger, obwohl ich mich ja bewege und damit auch viele Kalorien verbrenne. Ja, kennst du das nicht auch? Das ist gerade beim Ausdauersport deswegen so, weil es in unseren Sättigungsgefühl hinein reguliert. Und das ist beim Muskeltraining übrigens anders. Das heißt, Muskeltraining macht viel mehr Hunger als letztendlich der Ausdauersport. Und das liegt natürlich, dass alles immer auch in den hormonellen Kreislauf hinein reguliert. Das ist einfach so, dass die körperliche Aktivität hinterlässt Spuren. Das ist ja das Schöne auch daran, dass wir letztendlich so bestimmte Dinge im Körper dadurch auch verändern. Und in der Tat ist es so, dass ich auch, wenn ich eine Länge Radtour gemacht habe, gar nicht so großen Hunger habe. Gar nicht so da wirklich dann so zuschlagen kann. Am nächsten Tag schon, aber an dem Tag überhaupt nicht. Aber beim Muskeltraining, wenn ich das gemacht habe, da lächzt mein Körper schon sehr nach, gerade auch nach zuckerhaltigen Dinge, weil natürlich die Muskulatur viel, viel Zucker verbrannt hat, was beim Ausdauertraining ja nicht der Fall war. Sondern da, wenn ich es denn richtig mache, ich ja eher doch eher Triglyceride, also Fettsäuren verbrannt habe. Genau das ist also. Der Zucker ist einfach so dominant in unserem Körper, dass sofort der Speicher wieder vollgefüllt werden muss. Genau deswegen führt einfach Muskeltraining zu mehr Hunger als Ausdauertraining. Aber das lernt man zu regulieren. Und man hat bestimmte Bakterienstämme gefunden im Darm, die eine bestimmte Fettsäure produzieren, nämlich Fettsäureamide. Und die sollen die Motivation erhöhen, Sport zu treiben. Also müsste man doch eigentlich so ein Nahrungsergänzungsmittel herstellen, das genau diese Bakterienstämme enthält, um dann Menschen, die eher Couchpotatoes sind, zur Bewegung zu animieren. Ja, wenn wir das Mikrobiom schon richtig verstanden hätten, dann wüssten wir, wie wir das wirklich nutzen können. Das Mikrobiom ist ja auch nur eine Sprache des Körpers. So muss man es ja, genau wie Hormone ja auch. Es ist letztendlich dazu da, dass es einerseits bestimmte Dinge überhaupt löst, auslöst und uns bestimmte Energie bereitstellt. Bestimmte. Weil die Darmkulturen entscheiden ja nicht wir. Die Darmkulturen entscheiden beispielsweise, was wir denn an Nährstoffen, Vitalstoffen zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt also, was ziehen sie da raus? Und was geben sie dem Körper zurück? Und genau das wissen wir, dass es mit Couchpotatos besondere, ja auch beruhigende, weniger aktivierende, weniger, ja, euphorische Dinge quasi in den Körper hineintragen, während eben die Zappelfiliebe völlig anders ausgestattet sind. Und daran erkennt man schon, ja, der Körper ist immer ganzheitlich zu betrachten. Und auch die Nahrungszufuhr muss man immer auch im Sinne der körperlichen Aktivität sehen und insbesondere auch im Sinne der Lebensqualität. Und wenn man dir helfen kann, biologisch natürlich am wertigsten, wäre mir am liebsten, dann ist das sicherlich eine Option. Also ich weiß jetzt schon, wie dein Darmmikrobiom aussieht als Zappelfiliebe. Letzte Frage. Da sind die Handeln drin, da liegen die Handeln drin. Letzte Frage. Faszien. Dazu gibt es immer mehr Studien, dass Faszien unterschätzt werden. Es sei ja wie ein Organ im Körper. Sämtliche Muskeln werden davon umgeben, aber die sind ja letztlich an den Knochen auch festgebannt. Entschuldigung. Faszien sind in unserem Körper wie Organe, die alles verbinden. Und das Dehnen scheint ja offensichtlich völlig unterschätzt worden zu sein. Also wir sollten eigentlich schon früh anfangen, uns regelmäßig und intensiv fünf Minuten lang mindestens zu dehnen. Deine Meinung? Also Faszien ist ja ein Bindegewebe, ein elastisches Bindegewebe. Was, und das wissen wir auch, seit vielen Jahren vorhin erst Füllmaterial angesehen wurde. Mittlerweile wissen wir, es erfüllt viele Dienste im Körper. Es gibt der Muskulatur zum Beispiel Orientierung. Es gibt dem Körper Halt, Struktur. Es durchzieht den Körper wie Traktion, wie Bahnen von diagonal von oben nach unten. So kommuniziert das gesamte System quasi miteinander. Wenn ich den Zeh hebe, merkt sofort auch oben an der Schulter der Gegenspieler, okay, wie muss ich mich jetzt letztendlich verhalten, damit alles noch optimal weiterläuft. Das heißt, man kommuniziert sogar über diese Strukturen hinweg. Sie sind gut gewässert, das heißt, also sind relativ gut mit Wasser gefüllt, durchblutet, sind sie nicht gut. Und das ist auch das Thema, was du gerade ansprichst. Wir haben ja Faszien und die schieben sich ja alle gegeneinander. Ich rede immer von Verschiebeschichten. Wenn der Muskel zum Beispiel einem Sack hängt, dann heißt das, dass sie sich gegeneinander reibungsfrei bewegen müssen. Und genau das heißt, dass wir über Dehnung oder über körperliche Aktivität insgesamt es schaffen müssen, Verschiebeschichten reibungsfrei quasi ganz sanft aneinander vorbeigleiten zu lassen. Und das heißt, wenn wir also ein Training vollziehen, auch in Form der Dehnung insbesondere, nehmen wir mal das Gleitgewebe der Achillessehne. Die Sehne ist in einer Hülle, einer Faszie quasi verpackt und die läuft nur reibungsfrei, wenn also möglichst viel Möglichkeit der Kapazität dort, des Metabolismus, der optimalen Bewegungsqualität, auch Gewebequalität vorhanden ist. Und daran sieht man schon, ja, Dehnung gehört zum Muskeltraining dazu. Muskellänge ist Grundvoraussetzung dafür, dass Kraft entfaltet werden kann. Und Kraft wiederum im Körper wird über Faszien und Sehnen übertragen, also über Bindegewebe übertragen. Und deswegen sind Faszien letztendlich auch mit der Muskulatur die Kommunikationsstelle unseres Körpers auf die Innen und für die inneren Organe, weil sie eben nur in Gesamtheit betrachtet werden dürfen. Faszientraining brauche ich aber nicht unbedingt eine große und teuer bezahlte Rolle, damit alles gut funktioniert, sondern erstmal helfen alle Bewegungen, auch Faszien zu stimulieren, zu aktivieren und zu versorgen. Damit sollte man erstmal anfangen. Und die schöne Botschaft, je älter, desto mehr. Auch das gilt, genau Beweglichkeit kann man auch im Alter erhalten, aber man muss es tun, denn auch das ist die schlechte Botschaft, wenn wir nochmal von vorne anfangen, so richtig. Ab dem vierten Lebensjahr reduziert sich die Beweglichkeit. Ab dem vierten Lebensjahr. Und wenn du sagst, wie mache ich das denn, dann dehnen die meisten Menschen dann auch noch falsch. Die dehnen ja immer 10, 15 Sekunden mal so ganz so ein bisschen. Ne, aber wenn du Bindegewebe dehnst, dann brauchst du zum Beispiel Reize auf das Bindegewebe von mehreren Minuten. Wenn du die Achillessehne zum Beispiel reizen möchtest, dann machst du, machen wir im Spitzensport schon mal 10 Minuten, nehmen wir eine Position an, um wirklich die Sehne zu einer Längenveränderung herbeizuführen. Gleiches gilt für Faszien auch. Also wenn man schon dem Körper insgesamt etwas Gutes tun möchte, kurze Dehnungen für die Muskulatur, für den Stoffwechsel, für die Aufwärmung, lange Dehnungsphasen von mehreren Minuten für die passiven Systeme und für das Bindegewebe insgesamt. Ingo, du bist nicht ein wandelndes, du bist ein sprintendes Lexikon auf zwei Beinen. Ja, ich habe ja, Geschwindigkeit ist für mich ja wichtig. Ich bedanke mich in aller Form. Wir nehmen alle unendlich viel mit. Professor Ingo Frohböse. Unfassbar eloquent und wissend. Danke sehr. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, einige von euch, die da draußen zuhören, nehmen auch einiges davon an und Hauptsache, es kann erst mal bei der Dehnung beginnen. Das ist das Bequemste, was man erst mal machen kann. Das ist das Bequemste, was man erst mal machen kann. Untertitelung des ZDF, 2020